LKW Hallo! Hallo, Rüffrad! Mein Name ist Dr. Jura und ich bin der zugegebenermaßen größte Manager aller Zeiten. Ich habe euch heute das Highlight des Tages mitgebracht. Meine Jungs sind Poesie, meine Jungs sind Schlager, meine Jungs sind Badi, Kass und Daimon. Meine Jungs sind Mortadella! Daimon, alles klar? Hallo, Rüffrad! Sind die bereit? Ich dachte eigentlich auch, du würd mehr hinbekommen. Badi, Kass, es geht los. Habt ihr es gehört? Da war uns! Okay! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Du bist jetzt auf der anderen Seite, doch dein Körper sagt, dass er jetzt zu mir gehört. Rüffrad! Baby, zieh dich nicht! Das ist doch nicht richtig! Vorher seh ich doch dein Gesicht. Du bist du, der, der mich nicht will. Du bist der, der mich nicht will. Und ein wenig erfüllt. Ja, ich bin's. Du bist der, der mich nicht will. Du bist du, 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 du. Du bist du, 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 du. Und wir gehen, in mein kleines Apartment. Du wachst dich und wein, von all diesen Zweifeln und Ängsten in dir. Und du liegst und weckst dich auf dem Sofa, was hab ich davor, wenn ich hier im Haus nur steh? Baby, fiel dich mit, das ist doch richtig, von hier seh ich doch dein Gesicht, ich ärg dich, ich künd' dich, ein wenig empüt' dich Ich bin zwar weit weg, anordentlich, ich bin zwar weit weg, anordentlich, ich bin zwar weit weg Baby, fiel dich mit, das ist doch richtig, von hier seh ich doch dein Gesicht, ich ärg dich, ein wenig empüt' dich Ich bin zwar weit weg, anordentlich, Baby, fiel dich, das ist doch richtig, von hier seh ich doch dein Gesicht, ich künd' dich, ein wenig empüt' dich Ich bin zwar weit weg, anordentlich, ich bin zw Medic Yeah! Glückwunsch! Wow! Super Anfang, super gut gekommen. Ihr seht gut aus heute. Kass, was machst du denn? Wo willst du denn hin? So, jetzt hinkt der Kass. Jetzt setzt sich da hin, hier ein bisschen bumchack, bumchack, geht jeder los. Eben, Moment. Das ist Gründer am Wölfrath. Ihr kennt mich, ich komme aus Katweik an See. Das ist in Holland. Kann er nicht sein. Und ich singe euch jetzt eigentlich, ich brauche hier nur mehr Spielraum. Okay. Du glaubst, du bist der Tastengott, doch deine Haare sind ein Wort. Das bist du, denn wann kann ich auch, denn ich hab die Musik im Bauch. Doch du hast die Schimmelart nur, doch tanzen tust du wie ein Uhr. Ja, wenn ich meinen Körper beweg, mit Augen des Entwickeln lebe. Heute ist das, wenn ich hier gestern. Kass! Der Doktor Tär ist reich nicht arm, doch ich hab hier holländischen Schacht. Männer schauen mich keine Schacht, sie wollen doch nur anders an. Der Viroi dreht die Klöpfchen hier, doch sein Atem ist nach vier. Ich bin es und ihr wollt mich auch, deswegen lasst du das Haus. Heute Nacht. Heute Nacht bin ich hier der Tag. Ja! Ja! Ich bin es und ihr wollt, denn ich bin es und ich bin es und sie wollen doch nur noch mal. Heute Nacht, wie ich hier der Tag Ja, wie er noch nie wieder sagt Wir sind in Schoen Und hier, drei, vier Ja, im Bullen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ja! 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 Danke. Danke Würfer. Jetzt rollt's. Mann, jetzt setzt sie hier immer noch schnell wieder hin. Hört ihr das? Wir können heute die Vady Gegenprobe machen. Wer ist denn für Vady? WOOOOH! 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 Ja, Badi, hast du deine Urgele schon konfiguriert? Nein, bist du bereit? Kars, bist du bereit? Es dauert mir ein bisschen lange hier und bei diesem... Ja? Wer macht's richtig von uns rein? Ja, du, genau. So. Komm einfach mal an das Lied hier mit diesem wunderschönen Urgeleintro von Badi 10, fändig. Ich trägt den Arbeitstitel gesehen. Es darf getanzt werden, auch. Ein Mann, wie ich ist, ist nicht so gern alleine. Und ging ich neulich mit ner Dame heim. Wir aßen was und quatschten eine Weile. Und dann bat sie mich um etwas Zärtlichkeit. Ich kraulte sie, sie kraulte mich und sie schmurrte. Die Fenster waren beschlagen, wir waren heiß. Und als schon mal so mancher Knopf geöffnet wurde, da machte ich sicher erst, wie jeder weiß. Doch was ich dann zu sehen bekam, ich glaubte es ja kaum. Nein, hätt sie mich nicht warnen können, es war der rechte Eiltraum. Nichts, ich bloß nicht gesehen, lasst sich doch immer sein. Doch nun ist es geschehen und jetzt ist nichts mehr ließ, weil... Im Leben war ich für meine Augen gestillt. Ich hab' nicht gewollt, dass wir dieses Bild wie uns schon sind. Ich machte mir nen gemütlichen Abend und sah mir ein pikantes Video an. In solchen Filmen wird nicht viel geredet. Es ist die alte Mär von Frau und Mann. Und die Stimme der Frau kam mir sehr bekannt von. Doch war sie anfangs leider nur von hinten zu sehen. Ich dachte nach woher ich sie nur kannte. Und endlich kam sie drauf, sich umzudrehen. Endlich sah ich, wer es war, die Frau von meinem Boss. Und gleich ließ ich mein Köpfchen hängen, was machte sie doch bloß? Hätt sie sich nicht anziehen können, doch mein Chef das weiß. Ausgerechnet mich lud die beiden zu sich zum morgigen Entzünder ein. Und ich sag, hätt ich bloß nicht gesehen, dass ich doch immer sein. Doch nun ist es geschehen und jetzt ist nichts mehr diesmal war. Und ich sag, hätt ich bloß nicht gesehen, dass wir dieses Bild der Unschuld nehmen. Ich sage, es war es im Leben. Das ist die Worte. La, 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 la. Da kommt Freude auf! La, 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 la. Walter Dechner! Ich kann euch immer noch nicht hören! Ihr seid so wunderschön. Wir kommen jetzt zu einem richtigen Rocker. Und, äh, ja, immerhin heißt, wie heißt unser Programm heute? Rocker-Diller. Genau. Die Tour. Und es darf mal wieder mitgesungen werden und wir fangen jetzt einfach mal an. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Verrat! KOMO! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020